Jo, hallo zusammen. So, ich hab mal wieder Lust, eine Runde zu buzzern. Und ja, fangen wir mit Eye of Owls an. Eye of Owls. Warum es in letzter Zeit nicht mehr so wirklich viel kam, lag halt wie gesagt arbeitstechnisch und gesundheitlich war ich halt angeschlagen. Ich hoffe es geht heute, dass ich nicht so stark husten muss. Also ganz auskuriert ist es noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass heute ein bisschen Unterhaltung zustande kommt. Bis jetzt ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Mal gucken ob der Buzzer mal hoch geht. Aber nach einer Stufe kommt auch schon der Totenkopf. instructors Videos od pounding Videos Big Passiert ja echt gerade gar nichts. Ist ja nicht mehr... Ist ja nicht ganz schön, wie es im Moment läuft. Nach geht der Passam auch. Das wäre ja wenigstens mal ein bisschen was. Aber zwei Ohr ist eben kein Gewinn. Komm, Doppelfall. Gut, wir lösen mal alles. Ach, da rutscht der auch noch drüber. Schaut mal. So. Und? Freispiele? Nein. Schade. Wäre ja ganz cool mal ein paar Freispiele zu sehen. Ich muss gerade wieder so ein bisschen reden, weil wegen anderen Gästen. Ähm, ja. Ja, das ist manchmal leider, läuft nicht wirklich viel. Ich hoffe, dass heute mal etwas Sehenswertes zustande kommt. Oh, mal ein bisschen was. Ich mach mal zehn Linien. Hält sich auf jeden Fall noch sehr zurück. Schade. Na komm, Buzzer, geh hoch. Komm, hör. Mach doch mal einen Doppelfall. Ach, Totenkopf. Schade. Schade. Tja, leider nicht viel, was hier passiert. Na gut, Runde eins geht wohl an der Kur. Bis später. Womit ich ja immer Glück hatte, zwischendurch war Sparta, ich probier's mal aus. Vielleicht geht ja mit Sparta was. Womit ich 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 ja mit Sparta was. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube ich wechsle das Spiel, weil hier passiert ja nicht wirklich viel, es kommt Ich glaube der ist einfach tot im Moment und komm jetzt, schade, komm hau mal was raus Na ja, da kommt ja gar nichts Machen wir mal Kairo Casino mit den 10 Euro Gucken ob Kairo Casino besser gelaunt ist Uh-huh Und das war es schon Wahnsinn Wahnsinn Oh Oh Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis später